Prost, ich sag's! Prost, ihr Stecken! Prost, ihr Stecken! Und innen! Zu spät! Auf alle Fälle, Leute, was ganz wichtig ist, die meisten von euch kennen uns nicht, was gut ist. Also nicht die Info, aber jetzt kennt ihr uns, das ist gut. Einige von euch kennen uns, aber folgendes, was optisch aufgefallen ist, wir sind ein bisschen hübscher geworden. Wir haben nämlich ein neues Band-Mitglied. Ja, der Banner. Aufgesehen vom Banner. Der Banner ist... nein, ja. Der ist ein hübscher. Wir haben einen Passisten! Bitte einen kräftigen Applaus für uns, Sesch! Ich hab's irgendwie eine Bravse, ich spiel doch mal ein Solo in drei Jahren. Banner! Wir wissen doch mal, dass ich schreie. Auf alle Fälle, auf alle Fälle lieben Dank, dass ihr so zahle erschienen seid. Danke an Legion of Procour. Danke an Legion of Procour. Danke, dass Legion of Procour mal habt ihr eh aufgenommen und habt ihr mit mir auftreten können. Auf alle Fälle, ja, und viel Spaß! Schraubt einen schönen Abend! Sauft's! Ihr wisst hoffentlich, heute ist D-Day. Sauft's, aber saubt's jetzt leider. Dankeschön, wir fahren gleich weiter. Ihr wisst dann, ich hab's dran. Guten Abend! Ja, wir haben euch noch ein paar Worte, wir probieren. Ja, wir haben da auch wieder! Wir machen dann, ja, wir haben uns ein paar Jahre drauf. Wir haben hier noch ein paar Worte, Hier haben wir eingeladen, gerade noch ein paar Jahre drauf. irgendwo ist es immer wieder. Ja, wir wollen die Worte, wir wollen die Morte, wir wollen die Worte, dann fahren die Worte. Untertitelung des ZDF, 2020 This is no match! Out of the room! Are you ready to rock? Out of the room! 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 Was? 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 Is? Dead Is? The He Was? Is a the Is leading To His dead Of his Was? O Normand, ich bin so sehr braun. Normand, ich bin so cool. Normand, ich bin so sehr braun. Ich bin so sehr braun. Ich bin so frei. Ich bin so frei. Ich bin so frei. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020